Hey hey Mopedenverrückten und herzlich willkommen zu Tag 2 meiner lustigen Bastelei an meiner Motorradschwalbe. Am ersten Tag bin ich ja schon sehr gut vorangekommen mit diesem Aufbau. Wenn ihr noch nicht den ersten Teil kennt, dann kommt hier oben ein Link und unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch mal anschauen, wie ich am ersten Tag das alles geschafft habe. Da bin ich selbst ein bisschen erstaunt drüber, aber es hat sehr gut geklappt und heute mache ich halt weiter. Das letzte Video hat er damit geändert, dass ich von meinem Plan mit dem Lenker hier erzählt habe und das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich habe hier halt ein Stück Rohr rausgeschnitten mit Hilfe von diesem Rohrschneider. Da musste ich nicht hier unten im Keller mit der Flex arbeiten und das ging sehr geschmeidig. Kann ich euch mal zeigen. So viel kürzer ist es jetzt insgesamt und das kommt davon, weil ich halt so ein Stück hier hiervon abgeschnitten habe. Das Stück fehlt jetzt und vom Lenker habe ich ausgemessen genau das gleiche Stück. Also genau die gleiche Höhe. Und das habe ich halt auch da am Lenker abgeschnitten und ein neues Loch gebohrt. Und das passt sehr gut. Ich finde nämlich, dass das Lenkerblech immer so viel Spiel hat. Also das Abdeckblech, was hier auf dem Lenker sitzt an der Schwalbe, das hat immer so viel Spiel zur Lampenmaske. Deswegen habe ich das hier ein bisschen gekürzt. Ich denke, das wird jetzt mehr stimmig werden. Lassen wir uns mal überraschen. Ja und diese Schwalbe ist ja hier in Schweden als Motorrad zugelassen. Man glaubt es kaum, aber das heißt gleichzeitig legales Tuning. Und den Auspuff habe ich auch schon montiert. Das ist wie gesagt der AOA3 von ZT, so ein Universalauspuff mit verstellbaren Gegenkonus. Habe ich ja im ersten Video auch gezeigt und ich habe mich jetzt einfach für die mittlere Schraube bzw. die mittlere Länge entschieden und werde es mal ausprobieren. Eine lustige Spielerei, wie ich finde. Aber jetzt werde ich mal weitermachen mit dem Lenker Vorbau und alles, was am Lenker drauf kommt. Unter anderem, wie ich auch im ersten Video erklärt habe, habe ich ja vor, das Umrüstkit auf den S51 Gasgriff hinzurüsten, weil den habe ich schon mal verbaut und das funktioniert sehr gut, das System muss ich sagen. Und alle Ersatzteile, die ich in diesem Video zeige, sind unten in der Videobeschreibung gelistet, falls ihr euch auch was davon holen möchtet oder es genauso machen möchtet. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Und mittlerweile sieht es so aus. Der Lenker mitsamt Watt ist montiert. Apropos Watt, ich habe die Batterie auch schon mal verbaut. Die Sicherung ist drin, also machen wir gleich mal einen kleinen Testlauf. Was wir schon probieren könnten, wäre ja, wenn der Leerlaufkontakt funktioniert, der müsste eigentlich eingestellt sein, habe ich vorher auch vermissen. Und die Blinker und die Parkleuchte könnten wir auch mal probieren. Na dann machen wir mal. Zündung an. Tatsache, der Leerlaufkontakt wäre schon mal intakt und es leuchtet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ah, sehr schön. Funktioniert. Andere Seite vielleicht auch. Tatsächlich. Wunderbar. Freut mich. Ziemlich schick muss ich sagen, die kleinen Blinker. Im Vergleich zu großen, klobigen Originalen. Die sind ja riesig im Vergleich. Also sieht schon gut aus. Und das Umrüstkit auf S51 Gasgriff funktioniert sehr gut. Geht richtig leichtgängig im Vergleich zum Widerlager von der Schwalbe. Und wie ist es mit Parklicht? Müssen wir auch mal gleich probieren. Tatsache. Niedlich funktioniert. Die wahrscheinlich meist unnötige Lampe an der Schwalbe, aber trotzdem hat es einen Charme, wie ich finde. Wer von euch findet auch, dass die Parkleuchte ein Muss ist an der Schwalbe? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Also das sieht doch schon mal gut aus, wie ich finde. Könnte was werden. Gefällt mir. Na dann könnte ich ja gleich das Blechkleid montieren. Und dann werde ich ja auch noch den H4 Scheinwerfer hier verbauen. Und der hat ja auch eine extra Parkleuchte. Das werde ich natürlich auch mit die Parkleuchte kombinieren, damit es gleichzeitig leuchtet. Und das mache ich einfach mit einer Lüsterklemme. Hier ist nochmal der Kontakt für die H4 Bühne. Und das Zinschluss ist ja wie gesagt schon verkabelt. Was übrig bleibt, ist ja noch hier Hupe, Hupe, Fernlicht und Abblendlicht und Masse. Das wird natürlich alles an der Lüsterklemme kommen für den H4 Scheinwerfer und das Parklicht. Aber jetzt würde ich sagen, nicht lange schnacken, weiter geht's. Alter Schwede, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Mega, wie ich finde. Jetzt sieht man auch gut, was ich mit dem Lenker da gemeint habe. Jetzt habe ich hier nämlich weniger Spiel, aber es geht immer noch frei vorbei. Also sieht mega fett aus, wie ich finde. Funktioniert. Mann, oh Mann, oh Mann, das gefällt mir sehr gut. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wie gefällt es euch? Also ich finde es mega. Unerwartet geil, muss ich sagen. Und hier sieht man jetzt auch schön Lerlaufkontrollanzeige. Funktioniert. Und dann kommt ja auch noch der H4 Scheinwerfer rein. Der hat ja auch noch ein extra Parklicht. Das habe ich natürlich auch zusammengebaut. So. Damit es gleichzeitig leuchtet, wie die kleine Parkleuchte oben am Lenker. Das mit der Lüsterklammer werde ich nochmal anders machen. Da kommt eine wasserdichte Kontaktsäule hin. Aber jetzt funktioniert es erstmal. Also das sieht so geil aus mit dem Beinschild, muss ich sagen. Da kommt auch noch das alte Schwalbe-Emblem dran, von meiner Zweierschwalbe. Aber das werde ich auch schwarz lackieren. Und die Keder, sieht man ja auch schon, sind ja auch schwarz. Original wäre ja mehr so Elfenbein. Also kommuniziert das auch von einer Zweierschwalbe. Aber zu dem Konzept hier passt es sehr gut, wie ich finde. Na gut. Dann werde ich mal weitermachen. Den Scheinwerfer installieren. Und dann kommt auch noch das restliche Blechkleid dran. So wie Panzer und Motortunnel. Die Hupe ist natürlich nicht blau. So. Die könnte ich allerdings auch schwarz lackieren, wenn ich so überlege. Also genauso wie alle Schrauben, Köpfe und Muttern und so weiter. Muss ich mal überlegen. Was hält ihr davon? Schreibt sie mir mal unten in die Kommentare. Schwarze Details sowie Hupe und Schrauben wäre auch eine Idee. Die Holztrittbretter mit dem Verdeck hier oben kommen auch sehr gut mit dem Rost, finde ich. Sieht irgendwie stimmig aus. Und wie gesagt, alle Ersatzteile, die ich in diesem Video zeige, genauso wie im ersten Teil, wo ich das Moped angefangen habe, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch auch was davon holen möchtet oder es genauso machen möchtet. Aber erstmal weitermachen. Junge, Junge, das geht ja wieder vorwärts heute hier beim Schrauben. Da muss ich glatt mal eine kleine Pause einlegen. Und ein Käffchen. Grüße gehen raus. Ah, da schmeckt der Kaffee doch gleich viel besser. Jo, als nächstes habe ich jetzt schon den Bauanzug für die hintere Bremse montiert. Genauso wie der H4-Scheinwerfer. Dazu kommt man noch. Und wie man jetzt schön sehen kann, steht es ja ziemlich hoch mit den Popone. Aber der Hauptstander wird noch gekürzt bzw. abgesägt und verschweißt. Und dann kommt auch noch ein Seitenstander dran. Wenn ihr noch nicht die Seitenstander für Schwalbe kennt, dann habe ich natürlich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben und unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Da bekommt ihr jede Informationen, wie man zu so einem schönen Seitenstander kommt. Ja und wie gesagt, der H4-Scheinwerfer ist drin. Parklicht, Fernlicht und Abblendlicht kann ich ja erst kontrollieren, wenn ich das Moped dann anschmeiße. Ich finde, das sieht schon stimmig aus. Mit Klarglas H4, das ist doch geil. Vor allem die Lichtleistung in Kombination mit der Warpe ist outstanding. Also richtig gut. Na gut, dann würde ich sagen, kommt jetzt der Panzer dran und vielleicht auch gleich mal der Tunnel. Aber mal sehen. Weiter geht's. Scheiß, die Wand an. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus, oder was. Also wenn das alles jetzt wieder zusammenkommt, sieht das doch mega fett aus, wie ich finde. Ich hatte erst die Überlegung, ob ich den Gepäckträger auch verbaue. Ich hatte dann nämlich einer, der hier so ein bisschen schon schwarz lackiert geworden ist und entsprechend ein bisschen gamlig schon war. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil, naja, keine Ahnung. Das passt irgendwie nicht, wie ich finde. Und ohne sieht es auch nicht schlecht aus. Ich hätte auch die Alternative gehabt, mir den Gepäckträger von meiner Zweierschwalbe zu verbauen. Der hat ja noch Chrom. Boah, die ganze rote Farbe, die noch drauf war, wo die Schwalbe noch rot angepinselt war, nicht so schön. Wie gesagt, die hätte ich als Alternative gehabt, mit Chrom. Aber ich möchte ja so viel schwarze Details wie möglich auch haben. Deswegen auch das Lampengehäuse hier in schwarz und der Kickstarter und der Schalthebel. Und die Leisten, die hier noch am Tunnel rankommen, werden auch noch schwarz. Die habe ich hier. Die werden noch schwarz lackiert. Da muss ich erstmal noch die Nieten raustreiben und dann werden die auch schwarz. Und wie gesagt, wie findet ihr die Idee mit schwarzer Hupe und schwarzen Schraubenköpfen und so weiter? Wäre ja auch eine Idee. Aber schreibt es mal wie gesagt unten in die Kommentare. Als Sitzbank kommt erstmal eine originale Sitzbank drauf, die ich auch von meiner Zweierschwalbe übrig hatte. Also wird vielleicht nicht so schön aussehen, aber nur für den TÜV erstmal. Weil ich muss ja auch erstmal zum TÜV damit. Deswegen habe ich auch die Sozius Fußrasten noch verbaut. Aber da kommt noch eine schöne andere Sitzbank drauf. Damit hilft mir nämlich ein sehr guter Freund von Instagram, eine schicke, schöne Sitzbank zu bauen. Und darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Also wie gesagt, eine originale Sitzbank erstmal, weil das Moped ist ja auch für zwei Personen zugelassen, weil es ja eine Motorradzulassung hat. Und wenn ich dann beim TÜV gewesen bin, dann nehme ich halt eine andere Sitzbank und dann kommt wieder die Sozius Fußrasten auch weg. Und wie ihr schon gesehen habt, war ja der Tank auch schön rot lackiert. Da freue ich mich schon jedes Mal drauf aufs Tanken. Wenn ich da die Sitzbank aufklappen kann und da den schönen roten Tank sehe. Schick, schick. Na dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!